und damit sind wir wieder zurück beim letzten krankenhaus und gleichzeitig auch dem letzten stern in two point hospital dann wollen wir mal gucken wie lange wir brauchen um diesen stern zu erreichen unternehmenswert von zehn millionen ist glaube ich das härteste ich bin auf jeden fall mal mega gespannt ich habe ihn auch mit dem anderen account von mir noch nicht bekommen ist es voll deswegen kann ich nicht mehr sagen ob es danach nicht doch noch irgendwo was gibt wenn man wirklich alle sterne bekommen hat okay wir müssen auf jeden fall das krankenhaus weiter vom wert erhöhen wo fangen wir denn da jetzt an wir machen einfach weiter als wäre nichts geschehen das ist ein bisschen zu voll hier die halt zirkus klons wir haben hier aber öfters zu viele deswegen kopiere ich das einfach mal so und baue das aus so lasse ich einfach hinten in ruhe machen wir wollten noch einen weiteren beziehungsweise ich wollte noch einen weiteren psychiater haben das heißt kommen die hier hin ich kann die psychiater wirklich eigentlich hier hin bauen erst mal das hier kopieren einfügen dann hätten wir die zwei sachen schon mal jetzt könnte ich hier wirklich die immer entweder die diagnosegeräte rein bauen weil ich glaube ich eine ganze diagnostik abteilung hier ein baue und ich könnte ja die psychiater baue ich einfach hier unten mit rein so zimmer psychiatrie so mache ich sogar dreimal vier also ein bisschen größer als geplant oder als gemuss sagen wir es mal so so haben wir hier unten vielleicht noch roh sachen die wir nicht hatten was bringst du behandlungsvermögen Diagnosevermögen Ausstattungslevel das hier und ein Sichtschutz da müssen sie ja nicht wissen dass ja die medis sind krass 5 5 haben wir davon möchte ich jetzt mehr haben 2 und objekte ganz dringend ich brauche hier eine heizung können wir mal sagen warum die heizung hier nicht hin passt aber da schon jetzt auf einmal das brauchen wir nicht diese brauchen wir aber so und jetzt brauchen wir einstellen einen weiteren psychiater kann man nicht jetzt können wir das zimmer einmal kopieren noch das wäre auch erledigt was möchtet ihr apotheke kann ich annehmen lehne ich ab und nehme ich an schau mal gucken wir mal brennt irgendwas brennt irgendwas auf jeden fall das haben wir ok 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 so trotzdem brauche ich einen weiteren psychiater schau mal vielleicht kriegen wir auch die kranken aus stufe 20 diesmal hin wäre mein erstes mal dass ich die erreiche personal weiterbildung gucken wir mal wir könnten die auf vier bringen weiterbildung allgemein vier die beiden und ich nehme ein von unseren herzen kurs starten jetzt sind meine zwei apotheker beide nicht da wunderbar gut da werden wir nachher auch gegensteuern ich bin mir ziemlich sicher dass wir jetzt dieses krankenhaus auch noch brauchen werden alles mit diagnose kommt da rein 1000 patienten ist echt meine hausnummer vor allem aber bei dieser 10 millionen wert er möchte da was ja den können wir gleich weiterbilden ich brauche aber einen weiteren psychiater sind die falschen das sind keine psychiater was ich machen kann ist einfach mal dieses zimmer verkaufen ja und dieses zimmer ebenfalls ich würde sagen das habe ich gut gemacht von mir aus kannst du nichts kommen bringe ich dir bei das ist schlecht hausmeister würde ich sagen ich nehme diesen einfach den hier lieber ist nicht so teuer gut die 1000 patienten muss ich gerade aber feststellen gehen doch ziemlich zügig gerade vielleicht auch weil wir so viele leute hier haben wir haben aber nicht alle ärztezimmer besetzt das heißt ich könnte auch noch einen allgemeinen mediziner einsetzen aber das liegt daran dass ich die überhaupt nicht alle habe die sind ja in der weiterbildung so jetzt chirurgie ich habe keinen chirurgen mehr oder ich kann den chirurgen nicht weiterbilden was natürlich auch eine möglichkeit ist dann schaue ich doch mal eben nach was mein Chirurge macht braucht irgendeiner mehr Geld wie hat der wenn ich schon einmal hier bin dann kann ich das auch überprüfen der möchte einfach noch keine weiterbildung haben 3 von 6 geheilt machen wir es einfach psychiatrie 4 Teilnehmer und der ist auf 5 der darf das auch noch weiterbilden einstellen kriegen wir eine 9 ne leider nicht er hat zwar das was wir suchen aber eben nicht so gut schauen wir mal wir hatten eben irgendwann mal 140 patienten ich traue mich gar nicht wirklich zu gucken haben wir auch wieder ist die frage wie kriegen wir die schon wieder weg kriegen wir eigentlich nur weg indem wir mehr Ärzte haben ok unsere Psychiater die sind alle da Objekte ja schauen wir mal weiter Getränkeautomat so Snacky Salz und das passt das passt auch jetzt drehen wir das Spiel mal um da passt ein großer Heizkörper am besten glaube ich hier hin sehr gut gebaut ja so ein grobes Gefühl dafür habe ich ja wie breit die sind hätte ich auch gerne eine da eine da eine und da zwei Leute mit Beförderung passt überspringen wir mal ganz kurz nein jetzt habe ich das mit Attraktivität gestartet Öl komm kannst du abreden dafür sowieso nichts ähm ganz schön was los hier oben kommen ok wir müssen die auf jeden Fall runter bekommen die warten einfach zu lange und das geht gar nicht klar dann befördern können wir auch weiter bilden in allgemein 3 da kommen die zwei direkt mit und wir nehmen einen unsere guten starten jetzt können wir Personal schauen wir hatten nämlich dann 4er den wir weiter bilden konnten den hier den will ich auch direkt auf 5 bringen muss einer für kommen das passt Personal weiter geht's wir könnten hier allgemein Diagnostik 4 ebenfalls weiter bilden Diagnostik 4 kann auch nur dieser eine Kurs wird gestartet ok einstellen wir schauen nochmal was wir an Ärzten bekommen haben einer der nichts kann das ist gut äh indirekt gut denn der kann dann gleich die Psychiatrie lernen da sind meine ganzen Ärzte drin ähm das Krankenhaus hat da oben keinen Ausgang deswegen passt das mit dieser Ecke da nicht so zu 100% hin ist das einzige was anders ist ne ja ja ein Krankenhaus ist ein bisschen anders oh genau da fällt mir nämlich ein ich kann den noch upgraden und wo ist denn die Entleuchter oh der ist auch noch nicht gemacht die lernen noch die lernen alle gerade fleißig kaum Geld gemacht das lassen wir mal offen ja wir müssen wirklich jetzt schauen dass wir wieder die Ärzte hinterher bekommen dann kann ich aber auch mal bei Patienten 142 vielleicht ein klein wenig nachhelfen wo bist du der kann weg der ist immer noch okay der ist gleich draußen der kann auch weg ja komm schon zumindest vielleicht lass ich die Hände sollte sollte ich vielleicht nicht reinbauen damit das schneller geht aber dann verbreiten sich ja hier nur Krankheiten es werden nicht weniger es werden sogar mehr befördern wir können die sieben jetzt nicht annehmen personal wir können aber diesem herrn sagen dass er bitte zur Weiterbildung geht und zwar Psychiatrie okay das lernt dieser her ja den lasse ich kommen ich könnte ja die fünf voll machen promi besuch gesundheit und chef drei besucher sind gerade da die auch irgendwie nicht weitermachen mit dem was sie machen Personal wir müssen auf jeden fall nochmal weiter ausbilden da können wir jetzt die auf vier bringen das machen wir am besten indem wir hier die auswählen allgemein vier dann nehme ich meinen besten Arzt für und die beiden das werden wir schon hinkriegen hier bin ich sicher der wird befördert werden das probieren wir mal ob wir 40 Patienten so schnell heilen das weiß ich zwar nicht ja die Ärzte kommen nicht nach das weiß ich Weiterbildung benötigt können wir auch weiterbilden mit Kundenbetreuung 2 nehmen wir einen eigenen für läuft dann da ist der Kundenbetreuer da ist der Allgemeinmediziner und da ist mein Psychiater dann müssen wir als letztes hier wirklich schauen dass wir dieses diesen Schandfleck so will ich es mal vorsichtig bezeichnen beseitigen wie wir das machen habe ich auch schon eine Idee aber erstmal möchte ich dass der Psychiater arbeitet Personal er ist gerade fertig geworden dann wähle ich ihn auch direkt aus er möchte er möchte bitte nur noch in der Psychiatrie abhalten was macht ihm er das kann man kurz weg der hat da nichts zu suchen habe ich den später bekommen möglich ist das dann können wir den auch auf 4 bringen gleich ok was haben wir denn jetzt hier Kundenbetreuung ist abgeschlossen Beförderung nehme ich an und ich hole jetzt diese 7 Patienten so die Infektion kann man wegklicken der Tote der liegt da nicht so gut was auf jeden Fall jetzt passieren muss ist dass wir hier gegen kommen so das machen wir indem wir der ist am arbeiten der hier allerdings nicht Warteschlange 0 das heißt wir haben da die Warteschlange irgendwie beseitigen können wie auch immer wir das gemacht haben das können wir bearbeiten umschieben so passt jetzt können wir die möchte ich nämlich da auch raus haben bearbeiten zack und werden ihn einfach mal da hin bauen ok dieses Zimmer werde ich jetzt auch bearbeiten da hin bauen da hin bauen dann kann ich dieses Zimmer bearbeiten da hin bauen dann mache ich mit dem hier weiter bearbeiten da hin da hin dieses bearbeiten da hin passt das mache ich auch mit dem hier bearbeiten da hin passt dann da die alle gleich groß sind bearbeiten dann zack da hin und passt jetzt wollen wir hier mal weitermachen und zwar kommt jetzt nämlich Plan Nummer 2 Objekte nee Zimmer wir brauchen als erstes eine ein Pausenzimmer dieses wird hier hin gebaut so ein Sofa nein das möchte ich nicht abbrechen dann möchte ich ein zweites Sofa haben jetzt kann ich das mal an die Wand stellen eine Dartscheibe baue ich da hin fernseher so Kaffeetisch einen Sitzsack den kann man da vorbauen dazu noch eine kleine Lampe ein Trainingsgerät ist auch nicht verkehrt mit einem Getränkeautomaten mit einem Getränkeautomaten für meine Ärzte und genau daneben mit einem Energy so und sie brauchen natürlich einen Abfalleimer ganz wichtig sie brauchen eine Heizung dann schauen wir mal weiter eine Kaffeemaschine ist natürlich auch immer praktisch so was zu knabbern passt da nicht rein ist aber auch nicht schlimm dann einen Teppich kann ich da hin bauen und den Rest mache ich jetzt hier mit Goldsternfoto so fünf sechs neun passt dieses Zimmer kopiere ich drehe es zweimal um und baue es hier hin so dann gehen wir weiter zum nächsten Zimmer über Zimmer dann brauche ich hier noch Toiletten die baue ich dann hier hin dann eine Tür eins zwei drei vier fünf Handtrockner ein dahin ein dahin das Waschbecken dahin und dahin hier drin brauche ich noch einen Heizkörper einmal da und einmal da weiter werde ich jetzt noch einen Trinkbrunnen haben wollen und das wärs jetzt kommen dann nur noch ein paar Goldsterne dazu und passt auf fünf so dieses Zimmer werde ich ebenfalls kopieren und dahin bauen passt dann kann ich das Zimmer nämlich verkaufen ja das Zimmer kann ich ebenfalls verkaufen ja und werde dieses Zimmer einfach hier kopieren eins zwei zwei und drei so was wir als nächstes hier als Problemfall haben ist dass wir zu wenig Aufnahmen haben aus einer eins zwei drei vier einstellen ein Assistenten Assistenten zwei und wir nehmen noch einen weiteren Assistenten so jetzt können wir beim Personal die Einstellung machen für unsere Assistenten Zuweisungen jetzt haben nämlich meine Assistenten erstmal hier nichts mehr zu suchen die hat nirgendwo was zu suchen und alle haben hier was zu suchen jetzt werde ich natürlich nach und nach die auch aufs richtige Level bringen so siehe da und schon sollten wir mal nachschauen wie viele bei den Ärzten die jetzt allgemein haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn auf zwölf Zimmer das heißt ich kann noch drei weitere problemlos einstellen oder will doch bleiben befördert ist akzeptiert weiterbilden auf zwei akzeptiert können die beiden direkt mitkommen mache ich intern weiterbilden Sondermeldung wir haben sechs geheilt den kann ich weiterbilden mit kundenbetreuung 4 dann nehme ich den direkt mit und lass einen kommen das ist auch durch den befördern wir jetzt werden wir mal bei der Einstellung weitermachen und schauen ne wir kriegen gerade keinen die Frage ist halt wie schnell kommen wir jetzt hier gegen an ne also vier Plätze sind frei das heißt ich würde sogar noch vier Erze einstellen da will einer kündigen anklicken und machen eine pause aber ich muss sagen langsam aber sicher habe ich eigentlich alles so wie es haben möchte das muss natürlich immer noch schneller abgearbeitet werden das ganz klar das muss natürlich immer noch schneller abgearbeitet werden das ganz klar denn Ärzte Personal schauen wir mal wegen Weiterbildung wir könnten immer noch keinen weiteren auf fünf bringen dafür könnte wir den hier auf vier bringen weiterbilden diagnostik vier den lass ich sogar kommen einfach nur das nicht so viel ausfällt Personal Den könnte ich auf 5 bringen, weiterbilden. Geht nicht, wir haben nämlich kein Zimmer frei. Jetzt haben wir wieder eins frei. Jetzt können wir uns um den kümmern. Psychiatrie 5. Und das machen wir so rum. Oh, Weiterbildung ist auch abgeschlossen. Die Beförderung geht durch, Weiterbildung. Wir kommen zu dir, keine Sorge. Den können wir auf 4 bringen. Oh, den können wir auf 2 bringen. Und Befördern, okay. Jetzt ist es ja schon wieder glücklich. Chirurg, geht das jetzt endlich? Ja, das geht. Chirurg auf 2 bringen. So, da ist es besetzt, da ist es besetzt und da. Der kann weg. Komm. Brauche ich nicht. Ja, wir müssen hier wirklich gucken, wie viele Patienten wir haben. Scheint gerade auf 145 ein bisschen eingespielt zu sein. Na, schauen. Damit das reibungsloser funktioniert, müssen wir sie loswerden. Hört sich doof an, ist aber so. Spritzen aus, okay. Der arbeitet noch, der Chirurg arbeitet noch. Wir werden wohl vermutlich jetzt gleich die Diagnostik als erstes fertig haben. Doppelter Psychiater brauchen wir nicht. Komm schon, gib mir einen. Ich warte auf jeden Fall die sechste Sache noch ab, auch wenn der gerade durch ist. Mit Diagnostik 4. Zwei Tage noch. Irgendwie, kein Glück gerade. Wir können den aber schon mal auf 2 bringen. Weiterbildung, die Psychiatrie 2. Ich nehme den eigenen. Das machen wir nicht. Weg damit. Psychiatrie 5 ist gelernt. Personal, schauen wir mal. Könnten den auch auf 4 bringen. Schlecht wäre es nicht, aber wir haben auch noch andere Sachen zu befördern. Wir können die Stationen hochsetzen. Machen wir den mal mit. Weiterbildung, Station 4. So. Da oben ist noch ein Zimmer frei geworden. Personal. Nehmen wir den hier auf. Behandlung 4. Nehme ich einen eigenen Arzt für. Den starten wir auch. Die Psychiatrie läuft. Die Station auch. Wir kommen langsam, aber sicher weiter. Herausforderung. Verliene 400.000. Ich glaube sogar, dass wir die schaffen. Aber solange wir hier nicht mit den Ärzten hinterherkommen. Wobei, warte mal. Warteschlange 5. Vielleicht haben wir gar nicht zu wenig Ärzte. Das werden wir gleich auf jeden Fall machen. Es kann sein, dass wir nicht zu wenig Ärzte haben. Dass die ähnlich sagen, hey, ich brauche eigentlich nur ein bisschen Pause. Weil ja, auf Abruf. Unterbezahlt. Das werden wir auf jeden Fall ändern. Clowns. Ich warte mit denen noch. Ich mag die im Moment nicht. Personal. Geld. Alles. Hochsetzen. Wo sind wir denn dran? Diese hier müssten wir machen. Weiterbildung auf Station 3. Der kommt noch mit dazu. Und der ist unser Lehrer. Jetzt haben wir noch ein Zimmer frei. Personal. Wir bilden gerade weiter. Diese hier. Jetzt können wir den auf 5 bringen. Das wäre dann das erste Mal, dass wir den auf 5 haben. Kundenbetreuung auf 5. Da müssen wir einen kommen lassen. Ganz klar. Start. Ist zurückgezogen. Weiterbildung ist immer noch offen. Ich lasse die jetzt einfach auch mal antreten. Mal schauen, wie das Krankenhaus darauf reagiert. Clowns treffen ein. 136 sind nicht viele eigentlich gesagt. Klar, es sind zu viele. Aber bei der Größe des Krankenhauses sind eigentlich 136. Ja, okay. Oder? Ich meine, der hat jetzt schon die Diagnose fertig. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das geht eigentlich. Ich weiß nicht. Würde ich sagen, sind die so gut wie durch. So, befördern tun wir. Der will kündigen. Ist sehr hungrig. Hat sich schon wieder anders überlegt. Warteschlange sind auch nur 5. Gut, da stehen schon welche vor der Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zu wenig haben. Einen neuen Arzt. Ein Hammer. So. Du bekommst sofort eine neue Arbeit. Oh, das ist weg. Das passt. Das passt. An dem hängen wir noch ein bisschen. Da ist gelernt. Personal. Von oben an wieder. Falls da einer fertig geworden ist. Natürlich noch nicht. Der kann auch noch nicht. Und dann ist es wirklich dieser hier. Weiterbildung. Allgemein Medizin auf 2. Das macht dann einer unserer Ärzte sogar. Und dann geht es weiter mit Personal. Ich wollte eigentlich alle haben. Der kann auf Stationsverwaltung 3. Nein, weiterbilden. Stationsverwaltung 3. Das macht dann auch wieder einer unserer Ärzte. Dann Personal. Immer noch alle. Jetzt sind wir hier unten. Den 2 beizubringen. Aber machen wir mal den auf 1. Weiterbildung. Kundenbetreuung 1. Grund, dass wir danach die beiden 1er zusammen machen können. Können wir Personal weiterschauen. Hausmeister. Können die beide auf. Können sie nicht. Aber der kann auf 4. Weiterbildung. Alles besetzt. Wir scheinen das wirklich im Griff zu haben. Das Krankenhaus läuft. Gut, dass wir am Anfang uns so viel Zeit gelassen haben. Und das vernünftig geplant haben. Jetzt haben wir auch die Clowns erfolgreich durch. Passt. So ein Spritzenhaus sollten wir überlegen, noch ein zweites zu bauen. Und die DNA ist auch noch nicht so, wie ich sie unbedingt am Ende haben möchte. Da warten dann noch Patienten. Wobei, das auch wieder fraglich ist, ob da Patienten warten. Hier wartet exakt niemand. Wird auch ein Arzt benötigt. Wie viel warten hier? Drei. Das ist nicht viel. Das ist eigentlich nichts. Weil die müssen ja auch erstmal hier hinlaufen. Unterbezahlt. Ablehnen. Personal. Gehalt. Alle. Hochsetzen. Befördern tun wir auch. Den können wir auch mal direkt weiterbilden. In Standhaltung 3 nehmen wir den mit. Eigenen Hausmeister. Gut. Personal. Alles. Fangen wir wieder oben an. Wir können jetzt hier die auf 2 bringen. Grünbetreuung 2. Da passt nämlich der andere jetzt mit da rein. Genau das, was ich eben erwartet habe. Und starten das so rum. Jetzt ist Ding kalt. Objekte. Da können wir einen großen Heizkörper in die Mitte bauen. Ich sage da einen großen Heizkörper in die Mitte bauen. Damit es ihn nicht mehr kalt. Fürchterlicher Fluch interessiert mich nicht. Weg damit. Warum wir uns kümmern müssen. Auf jeden Fall die 1000 Patienten. Das scheint zu steigen sogar der Wert des Krankenhauses. Schauen wir die DNA sich dann weiterentwickelt. Ich werde da jetzt noch so einen Mischmasch-Arzt zubauen. Und das Spritzenhaus weiß ich nicht. Ich glaube, ich kopiere euch einfach. Wer weiß. Personal. Ich gucke mal, was wir einstellen können. Wir können sogar noch einen von diesen Ärzten einstellen. Plop. Und Zuweisung. Mr. Plop. Du machst bitte auch nur dort deinen Job. Und wirst jetzt auch erstmal weitergebildet. Allgemein Medizin. Macht einer unserer Ärzte. Dann weiterhin einstellen. Wir schauen nochmal. Ich würde jetzt noch einen mit Spritzen. Genau den hier würde ich einstellen. Der lernt dann auch die Behandlungskompetenzen. Jobs. Erstmal alles raus. Jetzt haben wir den auf Spritzen. Der muss aber auch dann sofort eine Weiterbildung bekommen auf Behandlung. Das kann dann einer unserer Ärzte machen. Die sitzen da sowieso meistens Zeit rum. Und das Spritzenhaus. Das kopieren wir jetzt einfach mal. So. Und weiterbilden. So. Warum auch immer jetzt hier 13 Leute an derselben Seite stehen. Das gleiche gilt natürlich jetzt auch noch für eine DNA. Haben aber keinen dabei. Schauen wir mal, was da rauskommt. Wir haben nämlich noch ein Zimmer frei. Gut. Da ist niemand rausgekommen, der mich interessiert. Und kommt, gibt mir eine Ausbildung zur Genetik. Da lassen wir auch einen für kommen. Dann kann ich nämlich dieses Zimmer einfach mal kopieren. Da einfügen. Graue Anatomie nehmen wir an. Muss aufs Klo. Das passt. Ist auch schon erledigt. 90, das heißt, uns fehlt nur einer. Wir haben die 90 Prozent soeben erreicht. Jetzt muss der Krankenhauswert noch hoch. Und es müssen auch die Prozente noch hoch. Äh, die Patienten, nicht Prozente. 7,6 Millionen wert ist das Krankenhaus. Personal muss auch weitergebildet werden, ab und zu mal. Alles unbesetzt, weil... Keine Patienten, würde ich sagen. Doch, da ist einer. Der wartet auch gerade fleißig. Wie viele sind hier noch auf 2, die da noch warten? Ist halt auch echt ein Witz, ne? Weiterbildung, Behandlung ist abgeschlossen. Wir haben also das Krankenhaus wieder was leer. Alle. Jetzt können wir den auch auf 5 bringen. Weiterbilden. Auf 5. Lass ich von meinem eigenen machen. Gut, hier ist jetzt ein Notfallpatient drin. Die Toiletten sind auch nicht mehr so überrannt. 7,7. Der Wert. Befördern. Machen wir. Personal. Was können wir jetzt noch machen? Wir können den Psychiater, glaube ich, auf 3, ne? Weiterbilden. Psychiatrie 3. Und dann nehmen wir wieder einen eigenen Arzt für. Da unsere Psychiater gerade nicht so viel zu tun haben. Aber doch eigentlich schon wieder genug. Ja, das passt eigentlich alles. Unten ist noch einer frei. Ich habe mal ein Aure wieder drauf. Der in der DNA muss halt so nicht mal gleich lernen. Der kann auf 3 gehen. Den können wir auch 4 beibringen. Machen wir das mal. Weiterbilden. Instandhaltung 4. Nehmen wir den noch mit und lassen es von unserem Arzt machen. Beförderung. Akzeptiere ich. Nein, lehne ich ab. 8 Millionen ist das Ding wert. Oh, wir haben die Mission nicht geschafft. Weil der Weg wieder zu lang war, nehme ich an. So, wir haben jetzt in 40 Minuten 400 gemacht. Das heißt, wir machen in 10 Minuten aktuell 100. Sofern man sagen kann, was ist nicht auf 3 gebaut worden? Was ist denn das für ein Bullshit? Abbrechen. Befördern. Also, dass ich was nicht upgrade, das ist jetzt ehrlich gesagt keine Absicht mehr. Das ist wirklich nur vergessen. Einstellen. Wir brauchen eigentlich auch keine Ärzte mehr aktuell. Keine wirklichen. Personal. Was können wir denn hier weiterbilden? Den können wir auf 3 bringen. Yeah. Wieder was gefunden, was wir tun können. Macht auch ein eigener Arzt von uns. Wie viele Patienten haben wir? 125. Selbst die Patientenanzahl geht gerade runter. So, befördern natürlich. Ich achte hier tun darauf, dass wir die 2 Werte, die wir uns die ganze Zeit für jeden Wochen noch voll kriegen. Da ist schon wieder was fertig geworden. Gut, solange wir keine Stationspatienten kriegen, können wir denen auch nicht irgendwie eine Weiterbildung besorgen. Grünbetreuung 3. Den nehmen wir unseren eigenen Arzt für und starten das. 8,5 Millionen Wert. Alter Schwede, ist das wertvoll hier alles. Schade, dass ich den Operationssicht und sowas alles nicht upgraden kann. Oder die Station, dass man da noch was machen könnte. Bei der Station vielleicht nicht, aber hier gibt es ja Geräte dafür. Das machen wir mal lieber nicht, bevor wir da wieder mit Blödsinn machen. Die Beförderung machen wir. Damit kann ich auch wieder irgendeinen Arzt befördern. Ist das dieser Herr? Ne. Da, die 2,4 bringen. Weiterbildung. Allgemein 4. Das und der darf das übernehmen. Warum sind die hier so müde? Das ist einer meiner Arbeiter, der hier so müde ist. Du machst doch schon eine Pause. Aber warum bist du müde? Ja. Kann das sein, dass die sich da irgendwie im Weg stehen? Oh. Ach, du ahnst es ja nicht. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Da hing alles fest wegen irgendwas. Ich werde auf jeden Fall mal einen neuen Hausmeister einstellen hier. 9,4 Millionen wert, mein Krankenhaus. Da muss man da echt aufpassen. Also, dadurch war auch mein Mitarbeiter nicht so ganz glücklich. Toll. So, wo haben wir eine Warteschlange? Exakt nirgendwo. Den können wir noch auf 3 bringen. Und den können wir da unten auch hoch bringen. Notfallstationen nehme ich an. Beförderung nehme ich auch an. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, den wollte ich auf 2 bringen. Weiterbildung. Instandhaltung. Passt mir. Nämlich den Hausmeister. Passt. Fördern. Durch. Für die Station sollte man das halt auch schaffen. Wir haben einen Krankenhauswert von 9,7 Millionen. Die 200.000 schaffen wir. Das sollten wir auch schaffen. Wie viel warten hier? 3. Das ist noch vollkommen im Rahmen alles. Wie viele Patienten haben wir noch? 127. Rückläufig. Direkt zur Behandlung. Ach, der wurde sogar schon ins Zimmer gerufen. Wow. Immer schön im Auge behalten. 32, 33, 34. Wow, das ploppt so schön. 35. Immer weiter so. Immer weiter so. 36. 37. Bestätigen wir. Das haben wir schon erledigt. So schnell kann man 200.000. 39. 40. Geht halt echt 41. 2. Ja, weiter, weiter. Oh, und jetzt gehen auch hier unsere Dinger mal durch. Boah, rennt das durch. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Die haben hier oben alles blockiert. Jetzt sind wir schon bei 117 unten. Okay. Ich lehne mich jetzt zurück und genieße die Show. Was das heißt, aber es klingt etwas sonderbar. Warte mal. Augustus Lavender von Holissa hat angeblich am Ende seines Besuchs etwas selbst hergestelltes Kompost auf dem Grundstück des Krankenhauses verteilt. Ich bin mir nicht sicher, was das heißt, aber es klingt etwas sonderbar. Nice, würde ich sagen. Okay. Gut. Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall das auch alles endgültig im Griff haben. 113, 112. Die Zahlen gehen runter. 100, äh, 3, äh, ne, 436 brauchen wir noch. Das ist abgeschlossen. Der wird gefördert. Das ist doch genial, oder? Wie die Zahlen da hochrasen. So, 426. Und das alles nur, weil hier oben in der Ecke, ja, hier war ein Typ blockiert und deswegen ging hier nichts weiter. Patienten. 100. Wir sind gleich unter 100. Warte es ab. Und weiter. Plop, 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 pling. Gut, wir haben jetzt so viele, die noch nicht mal beim Arzt waren. Okay, das sind doch einige. 404 noch. 402. 400. Es geht weiter. Wir sollten aber trotzdem noch das Personal nebenbei weiterbilden. Den können wir auf Behandlung 3 zum Beispiel bringen. Weiterbilden. Behandlung 3. Nehmen wir den hier. Starten. Also mit jedem dieses Bling, 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 ne, wird ein Patient geheilt und wir steigen in einem der Punkte hier oben auf. Oh, ich kann mich an das Geräusch gewöhnen. Vor allem auch sehr schön, dass es hier durch funktioniert, ne. So, kaum ist der Dreck da, ist der Hausmeister schon da, macht es wieder weg. Oh, ich mag das Krankenhaus. Dass wir das so gut hingekriegt haben, echt der Wahnsinn. Zeigt nur, dass wir am Ende doch wissen, wie es funktioniert, ne. Warum stehen hier viele Schlange? Das sehe ich ein bisschen anders. Patienten. Ich sehe 90 Stück, also ich sehe jetzt nicht, dass wir hier eine große Warteschlange hätten gerade. Im Gegenteil. Ich finde, dass sie echt perfekt immer kleiner wird. Aber das nehmen wir mal an. Kann nämlich gut sein, dass wir das noch machen. Ich bin ja eh dabei, den noch auf 4 zu bringen. Behandlung 4. Nimm ich den direkt mit. Und starten wir das mal. Dann sind wir nämlich durch, weil der auch in der Weiterbildung ist. Diagnose, alles 100% bzw. sogar 0, weil schon fertig. Noch mehr Geld bekommen. Da will einer kündigen. Das mit dem Personal regeln wir sofort. Wir haben das Geld. Das Letzte ging aber doch recht zügig hierzu. Na, er bleibt doch. Können wir den noch weiterbilden. Kundenbetreuung 3. Nehmen wir den einfach. Ja, befördern tun wir auch. Der will bleiben. Natürlich, wer würde dort auch mein Krankenhaus verlassen wollen? Jetzt mal ganz ehrlich. 355 noch. Wir haben jetzt für die letzten 50 3 Minuten gebraucht. 4 Minuten. Erdbebenwarnung. Ich mach mir vor dem Erdbeben überhaupt nicht in die Hose. Also, letztens so in der einen Runde. Boah, nee, bloß kein Erdbeben. Wir sind wieder auf über 100 Leute, die hier sind. Aber wir müssen auch bedenken. Wir haben gerade 7 Stück reinbekommen. Dann wären wir bei 92, 93 so um den Dreh. Okay, vollkommen im Rahmen. 100% Heilung gerade. Ich finde auch das gesamte Krankenhaus, so von der Struktur her, wie es aufgebaut ist, echt cool. Persönlich gefällt mir das halt jetzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das Ganze seht. Befördern, 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 erledigt. Weiterbildung. Dann können wir die beiden nämlich auch auf 3 bringen. Nimm ich auch nochmal einen eigenen für, nimm den mit. Dann haben wir das. Ah, es ploppt weiter und ploppt und ploppt und ploppt. Mache ich weiter so. Ich brauche im Moment nichts zu tun. Es geht einfach von sich aus alles in die richtige Richtung. So, ich könnte ansonsten hier unten noch eine ganze Forschungsecke reinbauen, sollte das Krankenhaus jetzt ein bisschen an Wert verlieren. Aber damit das an Wert verliert, müssen die Warteschlangen einfach länger werden und das tun sie einfach nicht. Im Gegenteil, wir arbeiten sie noch runter, würde ich sagen. Okay, 102 sind wir noch. Immer noch 103. So, jetzt gehen wir auf die letzten 317. Personal einstellen. Ne, nicht einstellen, sondern befördern. Den bringen wir noch auf 3. Nehmen wir einfach hier den Arzt. Ja, wir werden es auf den Filmstag kommen. Auf 5 Millionen auf dem Konto. Wir könnten das ganze Krankenhaus mit einem Schlag nochmal neu bauen. Kundenbetreuung 3. Nehmen wir einen Topmann. 300, 299, 299, 299, 299, 299. Auch da läuft es weiter. 5 von 7 haben wir geheilt. Patienten um die 100 immer. Noch ein Arzt. Oh, wir könnten hier die auch auf 4 bringen. Und was haben wir hier oben? Oh, allgemein. Nein, machen wir den mal. Weiterbilden. Diagnostik 4. Lass ich sogar ein Film kommen. Ich würde sagen, wir sind wirklich direkt auf dem Kurs, das ganze Spiel zu beenden. Gibt es nicht mehr allzu viel. Der ist unterbezahlt. Körner, Personal, Geld. Machen wir die Anhöhung. Kein Problem. Der hier bekommt jetzt auch noch eine Weiterbildung. Alle Zimmer belegt. Sind immer noch so fleißig am Weiterbilden. Okay. Wow. Klicken wir mal an. Der soll eine Pause machen. Die zwei werden befördert. Den nehmen wir ab. Das ist das einzige, glaube ich, was wir nicht haben. Die Krankenhausattraktivität hoch. Oh, ich habe jetzt wirklich Angst, irgendwie. Was heißt Angst nicht, aber so die Bedenken, wenn ich jetzt anfange, irgendwie was noch umzubauen oder zu vergrößern, dass dann der Krankenhauswert doch wieder in den Keller geht, weil noch alles wirklich am steigen ist. Kontinuierlich. Patientin. Also unter 100 wieder. Wunderbar. Den können wir auf 5 bringen. Weiterbildung. Auf 5. Und wir können einen eigenen sogar dafür nehmen, der das macht. Es neigt sich dann wirklich dem Ende zu. 260. Ich muss ehrlich sagen, Ich glaube, das Spiel wird mir ein wenig fehlen. Es war wirklich immer mal wieder eine neue Herausforderung. Und jedes Level war auf seine Art irgendwie, ja, schwierig nicht, aber anders. Das hat man wirklich gemerkt. Und ich habe das Spiel ja schon als kleines Kind damals immer gespielt. Allerdings hieß es da ja noch Team Hospital. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ja, nur was mache ich danach? Was mache ich, wenn das Spiel vorbei ist? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr noch dabei sein solltet, nach über einer Stunde. Was euch interessieren würde. Das Spiel nochmal bringt ja nichts, aber welches Spiel ihr da noch empfehlen würdet, was ihr vielleicht gerne sehen würdet. Die letzten 230 laufen jetzt gleich. Da kommt noch ein Notfall rein. 224 noch. Irgendwie ein bisschen traurig gerade. Weiterbildung ist abgeschlossen. 218 noch. Wir müssten, glaube ich, nicht mal mehr die Leute weiterbilden. Aber ich würde sagen, das machen wir. Bis zum bitteren Ende dürfen meine Leute auch etwas lernen und besser werden. 12 Millionen ist es wert. Wir haben das ganze Ziel sogar um 2 Millionen beschlagen. Da ist die Behandlung fertig. Ja, dann ist halt mal einer unzufrieden. 207. Und dieser soll mal Behandlung noch lernen. Nehmen wir einfach den Arzt zu. Jetzt pass auf, gleich passiert was. Das Spiel geht nicht zu Ende. Während man innerlich schon am abschließen ist, mit diesem tollen Spiel, haben die Entwickler sich einfach überlegt, hey, wir haben dann noch ein Krankenhaus für euch. Aber was mich auf jeden Fall freut, es soll ein DLC von diesem Spiel geben. Da bin ich auf jeden Fall jetzt schon drauf gespannt. Jetzt lassen sie sich aber gerade Zeit, oder? Diese schnelle Plub, 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 Plub. Fehlt mir. Was haben wir da? Wir haben es nicht geschafft. Warum nicht? Okay, Behandlung. Moment, Moment. Was ist da am Ende los? Was strauchelt ihr? Wir nehmen erstmal die hier, weiterbilden auf 4. Nimm ich den noch mit und setze den 5er rein. Start. So, weiter. Personal. Den können wir auf 4 bringen. Weiterbildung, Kundenbetreuung. So. Krankenpfleger, Personal. Jetzt kann der auch auf 4. Ich hätte den jetzt einfach mit in das andere Zimmer setzen können, glaube ich. Na, ob es jetzt anfängt zu brennen? Nein. Das ist so sicher diesmal. Der Mitarbeiter möchte kündigen, weil er unterbezahlt ist. Das könnte natürlich gefährlich werden, wenn jetzt wirklich noch einer kündigt am Ende. 156 noch. Und ich habe vor kurzem noch die 4 Minuten runtergezählt. Na, die 400. Vor 10 Minuten. Das heißt, wir haben mit 10 Minuten über 200 gemacht. Also nicht über 150. Also können wir sagen, die letzten 10 Minuten des Spiels sollten laufen. Ja, was machen wir noch? Bauen wir unten noch das andere Zimmer, während die letzten Patienten laufen? Wir haben ja immer noch keine Kantine. Fällt mir gerade so auf. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass die Kantine wirklich jetzt alles durcheinander bringt, wenn die ganzen Erze da hinlaufen und auf einmal essen wollen. 133. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil ich im Moment ja auch selber gerade gar nichts mache. Keine Planung habe. Ich muss auch ehrlich gestehen, nach der ganzen Spielerei jetzt schaue ich einfach nur, wie langsam aber sicher hier der ganze Ablauf ist, weil ich konnte mich da nie so wirklich drauf konzentrieren, was die hier so rumlaufen und alles. Ich genieße das einfach mal so ein bisschen nur zuzuschauen, wie alles läuft, was wir gebaut haben. 108, 107. Da oben fehlt die ganze Zeit schon irgendwie ein Mülleimer. So, vom Gefühl her. Personal. Den können wir noch auf 2 upgraden. Unter 100 sehe ich gerade. 90 sogar. Notfallfraktur. So, sollte das Krankenhaus alles verkraften können. Was mich jetzt auch noch gerade interessiert, und das interessiert mich wirklich in der Übersicht, Auszeichnung. Mit der besten Forschung, gut, Krankenhaus des Jahres, klar. Keine Todesfälle, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nie geschafft, ein Jahr lang ohne Todesfall. Gut, Finanzen gehen alles hoch, das hält sich ziemlich stark. Oh, die Zeit läuft aber nicht weiter. Wobei, eigentlich gerade gar keine am Sterben ist, schon seit langer Zeit, wenn ich alle heile. Gut, dass die Schlange stehen, sage ich jetzt mal nichts zu. Unter 80 gleich unter 70. Noch mal eine Mission. 40 Stück. Mal schauen, wie schnell die Zahl auch noch fällig ist. Vielleicht schaffen wir die 40 Patienten auch noch. Insgesamt noch 60. Seht ihr mal, wir kriegen pro Tag fast einen Patienten. Also alle zwei Tage ist einer gesund. Das ist wirklich dann das höchste mit 40, glaube ich. Ich habe noch nie was Höheres gesehen. Ich habe sie auch früher nie geschafft, die 40. Interessant wäre es jetzt noch gewesen, den Rest ausdrucken zu bauen. Wir werden die 40 schaffen. Lassen nochmal einen Filmstar kommen. 42 Rest. Das heißt, wie war das mit? Kann man das drucken und ein Screenshot machen? Nein. Mit F12. Da machen wir ein Screenshot von. Um einen Überblick zu haben, wie unser ganzes Krankenhaus läuft. Am besten so, dass man auch wirklich alles sieht. Ich will nicht noch einen machen. Ah ja, F12. Ich vergesse es. Ich habe wieder drücken gedrückt. Die letzten 30. 40 haben wir geschafft. Die Mission ist durch. Das ist okay. Und den befördern wir noch. 26 Patienten noch. Dann haben wir die letzten 400 Patienten in 15 Minuten geschafft. Das ist eine Zeit. Oh, wir könnten den Helix noch upgraden. Fällt Ihnen jetzt ein. 17 Patienten vor dem großen Ziel. Was ist das? Bitte was? Hör auf damit. Das wird schon wieder. 12, 11. 10, 9, 8, 7. 6. 5. 3. Die letzten 3 lassen sich wirklich Zeit. Dem keinen Lust mehr. Einer noch. Wow. Wir sind fertig. Sollte ich das eines Tages in meinen Memoiren festhalten mit wohlriechenden Grüßen, blablabla, Gesundheitsministerium. Da wir durch sind, möchte ich einmal noch die Entwickler ganz herzlich grüßen und mich bedanken für dieses tolle Spiel. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß beim Zuschauen, sonst wäre da bestimmt nicht so lange noch dabei gewesen. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, was ich jetzt spielen soll, aber ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz doll auf das nächste DLC und ich hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid. An der Stelle bin ich auf jeden Fall raus und denkt immer dran, nach dem Krankenhaus jetzt, wenn ihr krank seid, ihr könnt auch gerne in mein Krankenhaus kommen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Yoseko.